Hallo meine lieben Zuschauer, hier ist euer Sachsi und wir heute für, hab ich mir schon gedacht, wir spielen heute hier auf den Swarm, haben für Abwechslung, hab ich schon gesagt, ja. LOL Vollidiot Ihr werdet niemanden mehr zur Strecke bringen. Schnell und lautlos Wählt ein Talent Gleichwein, ja komm, wir machen wir ab der Weiche. Jetzt hält mich nichts mehr auf. Ich werde bald erscheinen und du mir der Dämonen vorst. LOL Hast du keinen Hotis oder was? LOL, der ist auch leer. Der auch. Ich werde dieses Land läutern und auf ewig von euch befreien, Dämonen. So. So. Oh lol. So, ja. Das sieht so aus von Dämonen mäßig aus. Wir verlieren aber gewartet. Unruhe. Genug gewartet. Auf geht's. Wie ihr wünscht. Habt acht, ich ändere meinen Standort. LOL, ja, ja. Ja. F**kt euch, ganz ehrlich Oho, das sind meine Vormenage Der Pfad führt hier lang Beeilungssterbliche, ich stürme die Tore des Nimmels So was lasst euch nicht Was sind die f**king So was mag ich sehen, mag ich sehen Sonst nicht mehr, ich werde mit mir Oho Ja F**k zu dir Mann Alter Schöne Schöne jetzt gehen wir da lang wo haben wir schon technisch lernt schnell und lautlos Gott mag mir das Seid ihr bereit, Helden? Wir nähern uns. Komm, 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 komm. LOL! Das war knapp. Ein kluger Schachzug. LOL! Was? Wieso? Ja! Dreck, ey! Ihr seid gefahren! Tja, fick dich ganz ehrlich! Mann! Ja! Dreck, ey! Immer ich? Was, steh ich immer in der falschen Position oder was? Gut, dann fangen wir von vorne an. Gehen wir. Es ist Zeit für einen Strategiewechsel. Och, nein. Ohhhh! Mein High-Up ist die Sonnverwischerbar. Ja, die Ende sind wohl wohlgekommen. Ich werde irgendwie verlieren. Schon wieder meine Browser! Das kann nicht sein. Das bleibt einfach so. Waswait hat anfänglich! Das tut nichts von mir. Wir sind siegreich. Wir sind siegreich. Scheiße. Ich kann vorerst nichts mehr für euch tun. Das war doch. Ai, ai, ai. Das war doch. Was? Was? Was ist das? Fack dich, ganz ehrlich. Mann, die ganze Zeit, was mache ich falsch? Sag ja mit ihm. Das wäre schon nett, wenn ihr mir sagt. Oh Mann, ich bin so ein Nupi. Nup, 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 nup. Aber schön. Gegen mir, ja, verliegen das ganze Team. Null. Oh shi, fack. Null. Ja, ja. Angeklang. Was ist das? Okay. Ah, halb sich, okay. Gung gung Nein Nein Loll Komm, komm, komm Ja, wir spielen sowas, ja Ne, haben wir ein Puller, haben wir ein Puller, scheiße Die Hoffnung wird euch den Weg breiten Oh, komm schon Oh Mein Gott, wie viel Schaden macht der, der Bastard Oh Das tut mir nicht leicht, du Bastard Oh Ja, da ist das Dezumme verarschen Ich habe gedacht, ich kann nicht mehr an die Bezüge Passiv, okay Okay Ich werde dieses Reich von eurem Verderbnis erlösen, Gehöll in Blut Was ist das? Ist das Shit Ich werde dieses Reich von eurer Verderbnis erlösen, Gehöll in Blut Was ist denn das Shit? ... Ich glaube ich habe ein bisschen Chance gegen die Na komm Der Feind greift unsere Zitadelle an Ja da scheißegal Grundsache nicht Ein kluger Schachzug So klug oder nicht klug Schon wieder verlieren wir Ja okay Es ist schon vorbei Ich wusste das würde schnell gehen Die Tore der Himmel werden fallen Bezwungen von meiner Macht Komm 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 Jetzt kommt die andere Bastarde Oh fuck Betäubung Scheiß Betäubung Das war's Oh shit das hast du Okay wir haben gut Ja gut So ein Mist Verdammenn Mal Mal So Leute das war's und wir sehen uns und nächstes Mal Ciao Ciao